Ich habe ja ruhig zugehört. Ich bin euch dankbar, mir auch ein bisschen Zeit zu geben. Und es gilt jetzt nicht, irgendwie eine Brille aufzuhaben, wie auch immer. Ein Schiedsrichter muss entscheiden für den Fußball. Er muss das Regelwerk bei klaren Entscheidungen dann zu Rate ziehen. Aber diese Situation, allein wie wir sie diskutieren, rechtfertigt im K.O.-Wettbewerb keinen Elfmeter. Im Sinne des Fußballs. Unabhängig von Borussia Dortmund, unabhängig von Leipzig, unabhängig von anderen Konstellationen. Deshalb muss man das handhaben. Plus die Tatsache dessen, das ist ein Sportfußball, der sehr körperlich ist, der auch sehr robust ist. Und da ist Kontaktsituationen, wenn du vorher Richtung Ball auch agierst, mit Inbegriff.